jawohl freunde da bin ich wieder wir spielen hier weiter und ich weiß gar nicht wo wir sind ach so genau genau wir mussten damit also auf zeit das gas abstellen schnell 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 du ekliges vielmensch hatte drecks viel auf mich da gewartet voll in die wand gekloppt so mensch da macht man sich die mühe dafür und das war schon wieder mal lass mich irgendwo ich muss mich kratzen ich darf mich wieder mal nicht kratzen und bämm kommt noch eine die hat mich getroffen glaube ich oder die eine aua man die machen nicht viel schaden ich gehe darauf kommt die unendlich oder was die kommen sekundenmäßig ja die kommen unendlich okay ich gehe weiter lasst mich in ruhe du hast mich in ruhe lassen scheiße oh gott raus hier frische luft freunde frische luft ich fass es nicht wie lange haben wir sie nicht mehr gesehen im versteck oder toll da kann man nicht alle sachen runter ist egal da hat die physik wohl nicht ganz wieder mit gespielt wie sie sollte kriegt sie trotzdem noch runter hab ich jetzt wieder einen arger oh weia da kriegt er wieder ärger okay wir haben ganz schön viel schrot munition dann können wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen schrot drum ballern soll ich nochmal pistole sicherheitshalber oh gott freunde nee wartet das spielchen kennen wir das ist ein raum wo ich nur reinkomme aber nicht mehr raus ich will nur das schlimmste ich erwarte nur das schlimmste ich geh mal lieber hier rauf ich weiß nicht das sieht einfach so verdächtig aus mann diese kackviecher verfolgen einen ja überall na ich hab wieder nachgeladen aber ja mann das ist ja ätzend so ich hoffe na solange hier keine giftviecher dabei sind ist das mir egal äh kommen hier schon wieder unendlich viele oh ja ja wir gehen einfach mal weiter Garnaten oder ne ich glaub das war diese komische munition für die Taschenampel was ist denn das mir schickt da jemand was das kann ich aber nicht immer wenn ich gerade let's play ein tue wisst ihr die haben ein talent dazu ähm jetzt bin ich ja wieder in der Bücherei ich dachte da vorne war ich schon neiner hm komm ich hier vorne nie aus rauf oh ich könnte mhm oh bloß nicht das Paket kaputt machen oh wer tut denn so ne Paket wie das aussieht immer voll verbeult oh scheiße jetzt ist runtergefallen ok naja dann achso wir können ja auch eins anders rauf so 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 oh ok dann doch nicht ach ist egal wir machen es jetzt richtig so ist ein Quatsch hier so ist eigentlich noch nicht wirklich was rüber gesprungen ähm das ist nicht mal ein Rätsel naja ok dann ist gut wir sind wieder auf dem Dach oh wo 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 ach die hier ey was ist hier los haben die was gegen mich bloß weil ich ein paar von ihren Freunden abgeböllert habe die haben hier richtig gewartet hinter mir die haben Gehirn so das Ding immer zu geht ähm ich glaub von den Sachen kann ich sowieso nichts nehmen oder warte mal man geht doch mal auf oh guckt euch das an ist das ein Scheiß was ist denn das achs egal gut äh ne da soll ich jetzt runter ja oh das ist aber tief da würde ich mich nicht trauen aber ne kleine rettet uns ja immer oh wei jetzt mal schön aus 20 Meter äh Höhe geflogen und nur in so einer naja was ist denn das 1 Meter tiefen Pfütze drin ja ja muss man mal in Wirklichkeit ausprobieren ob das funktioniert ich glaub mal nicht ne hier ist nichts oh wo sind wir denn jetzt schon wieder jetzt sieht das hier aus wie im Knast oder so ah naja was steht da ach keine Ahnung ist egal so ähm nach links müssen wir glaub ich oder geradeaus geht es nicht weiter oder ne geht es nicht gut dann müssen wir nach links ich vermisse die Außenwelt so ok was ist denn das da oh nee Freunde das sind Geschütze oh das ist nicht nur ein Geschütz oh und überall explosive Fässer oh und ne Kiste oh oh Granaten ja klar ich kann ja so gut mit den Dingern umgehen wa ah scheiße ich oh oh das scheiß Ding hat mich schon entdeckt ah das oh ja ja hey Freunde sind alle umgekippt yeah oh oh man bin ich ein Lacker ey so ich muss mal meine Beine wieder reparieren wow ey das Ding hat mich nicht mal richtig getroffen ah wartet mal oh oh scheiße es reagiert hier mal nicht naja ok ähm 5 Medikits haben wir noch das lassen wir jetzt mal so mal die Magnum wegenden weil es Spaß macht muss auch mal ein bisschen Muni von von der Waffe hier vergeuden vergeuden benutzen vergeudet ist hier gar nichts außer ich würde hier einfach sinnlos auf die Wände schießen boah oder so ein so ein smiley in die Wand schießen naja ich seh grad so viel Munition hab ich auch gar nicht von der Waffe wervus nur noch ein Magazin davon ja weil ich sofort wieder nachgeladen hab naja ok ist egal aber ich kann auch von der gar nicht so viel tragen glaube ich oh ist das heftig das ist mir ein bisschen zu komisch warum hab ich so viel Munition und so bekommen naja wir werden es sehen oh was das das ey ich hab gar nicht dachte Freunde ich bin nur auf die Kiste gelandet und schon ne was ist denn hier los warum wackelt denn immer noch alles achso der linke Arm oh god oh äh was ist denn das oh was das geht hier ab ja aua man diese scheiß Granaten ah endlich ö sind wir von vorne na was kommt kommt ihr Feiglinge äh wie blöd sind denn die die haben sich selber gesprengt auweia naja ok ich hab mich eben auch selber gesprengt aber bei mir war es ein Fehler und das ist zu entschuldigen hoffe ich achso ok ich dachte ich kann hier was drehen wupp wo kann denn der hier ist der den echt den ganzen komplizierten Weg gegangen naja das glaube ich eher nicht oh es war wieder sowas von klar kann ich nicht einmal einen normalen Weg gehen nein kann ich nicht äh ich das ist jetzt naja schaffe ich noch ja man klar schaffe ich das noch so kriegt die Lehmähe sowieso wieder so hier oben nochmal ein paar Sachen einsammeln und weiter blub äh ja achso ich dachte schon ich dachte schon geht es nicht weiter doch doch geht es gut ne die wollte ich nicht ich wollte die und die Schrot wo bin ich hier eigentlich schon wieder dass mich die komischen Sonderkommandoeinheiten schon wieder finden konnten naja ich weiß ja nicht mehr selber wo ich bin aber die wissen das oder was praktisch ich bin Paisern an mir dran oder was ah da kommen sie schon wieder uah haha ich hör sie noch ja oh voll in den Kopf Schäde platzern na oah na oh Mann oh ich hab schon wieder Blutung haha scheiße jetzt wird es aber wirklich eng Freunde ähm Head was ist denn jetzt alles oh Arm ist kaputt schein ähm gut Augen sind auch hinüber ah super oh tut mir leid Freunde mit dieser Folter sich quälen oh was alles bei mir da leuchtet aha oh Mann ich würde es euch nur interessant machen Freunde oh ich muss mal das immer machen weil irgendwie oh ihr seht das wie der Bild der Bildschirm verkackt oah das tut mir so leid Freunde oah ist das eklig eklig aha das Bild es hört nicht auf gut hier gehts weiter oah ist das Mann ich will Leben ich brauche Leben wir sind jetzt auf dem Gerüst als ihr das nicht erkennen tut ich erkenne es ja kaum selber und ich vermute das Gerüst fährt auch gleich auseinander oder sowas oah auf jeden Fall wenn ich hier runterfalle bin ich tot das kann ich euch schon mal jetzt sagen oah ich seh nichts oh ne ich glaub das überlebe ich auch gar nicht was so kommen denn schon wieder die Explosionen her oah schon wieder irgendeine offene Wunde ich brauche Leben oh bitte bitte lasst ihr Leben sein aber ich hab einmal schon angesammelt oah Freunde so bloß die Augen die Augen sind die wichtigsten Bein und erstmal global auch richtig gut richtig gut Heilung bekommen nochmal Augen so ok wir haben uns wieder wir haben uns wieder ein bisschen gepflegt sorry das war jetzt wirklich scheiße aber boah man wie wie damit konnte ich doch jetzt wieder mal nicht rechnen obwohl langsam muss ich damit rechnen das ist ein Scheiß Mann hast du ein hässliches T-Shirt und du auch gut dann gehen wir mal weiter ja noch mehr Medikits weil das reicht uns ja hier gar nicht wir haben nur noch eins hätte ich auch noch verballern können eigentlich ok egal war das ein Scheiß schon wieder ey ich bin ja schon fast gewillt den gar nicht hochzuladen das war ja so schlecht gerade aber nein es soll ja blind sozusagen sein wenn es nicht nötig ist mache ich also wenn ich jetzt nicht wirklich muss dann mache ich sowas nicht wegen einer bestimmten Sache musste ich vielleicht zum Beispiel wenn ich was suchen muss oder so wisst ihr ja eigentlich eigentlich mache ich sowas gar nicht na der Ladisqueen braucht aber schon wieder ewig hier ach gut 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 äh was war das ich hab da was gesehen was sind das für Geräusche wer ist da wer ist da ach er haben wir dich nicht da in der Zombie Horde allein gelassen ey folg mir ist das geil der freut sich noch nicht mal du Penner man ich bin hier gerade durch Hölle gegangen du musstest nur gegen unendlich viele Zombies kämpfen was ist daran so schwer wir befinden uns hier in kritischen Lage ewes bereiten einen Angriff auf unsere Basis vor andererseits haben wir dank dem Rock Crusher nun Zugriff auf eine neue keine Ahnung was ich war wieder zu langsam zum lesen aber vielleicht habt ihr es ja gelesen und ja ey bist du doof lass doch die Tür offen so ich beende erstmal den Part hier Freunde bis zum nächsten Mal äh keine Angst wir rüsten dich auf gut so tschüss